Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Heute Teil 3 meiner Miniserie zu basalen Gruppen. Basal, grundlegend. Darum geht es. Beim letzten Teil habe ich erklärt, das B von basal ist Beten. Beten ist zentral für uns als Christen. Eine basale Gruppe ist eine Gruppe 1 zu 1 oder auch zwei Ehepaare miteinander, die sich auch unter Corona-Bedingungen treffen können, miteinander unterwegs sind und einander begleiten in dieser Zeit als Felsen, als Sparringspartner, als Mitgeschwister, die sich gegenseitig stärken. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Wort, gerade auch in dieser Zeit, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in dir. Du brauchst manchmal diesen Zuspruch, dieses Miteinander mit anderen. Und gerade das ist in Corona-Zeiten gefährdet oder fällt so ein bisschen weg. Begegnungsflächen gibt es nicht. Normale Treffen, die wir sonst hätten, gibt es nicht. In einer kleinen Gruppe, einem Hauskreis oder ähnlichen Zusammenkünften im privaten Rahmen gibt es nicht. Aber basale Gruppen, die, die darf es geben, die kann es geben, dass man sagt, mit dieser Person will ich in den nächsten Monaten unterwegs sein. Ob ein Teil-Lockdown ist oder wie auch immer Kontaktbeschränkungen sind, aber etwas Kontakt darf sein, natürlich auch mit Abstand. Aber dieser Kontakt, der ist entscheidend und den will ich pflegen, auf den will ich setzen und der ist gut für mein geistliches Leben, für dein geistliches Leben. Wer also könnte deine Person sein oder wenn ihr ein Ehepaar seid, der könnte euer zweites Pärchen sein, mit dem ihr euch vorstellen könnt, euch zu treffen. Zwei Haushalte. Heute geht es ums Austauschen. Beten war das Erste, Austauschen ist das Zweite. Für mich ein ganz zentraler Punkt. Nicht nur irgendwie über das Wetter auszutauschen oder über die Aktienzahlen oder sonst irgendwie was oder sonstige Wirtschaftsgeschichten und Politik. Das kann man auch machen. Aber hier geht es für mich eher so um so eine Herzensebenen-Austausch, wo man so unterwegs ist und sagt, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und das ist etwas, ihr Lieben, was nach meinem Dafürhalten, und ich bin jetzt auch schon über 15 Jahre Pastor, was nach meinem Dafürhalten gar nicht so häufig ist. Dass sich Leute wirklich öffnen und auch öffnen können und auch mal, ich sag mal sprichwörtlich gesagt, die Hosen runterlassen. Jemanden haben, der mal hinter die Kulissen gucken darf, weil das so hilfreich ist. Häufig, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber häufig rennen wir doch so ein bisschen mit einer Maske durch die Gegend. Möchten gern besser dastehen, als wir, ja, vielleicht sind. Und wenn uns jemand fragt, wie geht es dir gerade? Ja, sagst du dann, mir geht es gerade scheiße, weil? Und erzählst das dann? Oder sagst du dann noch nicht, ja, es ging mir schon besser oder in Ordnung oder, ja, es kommen auch wieder bessere Tage. Und wir tun so nach dem Motto, ja, jeder hat das doch irgendwann mal und man kann nicht immer nur total gut drauf sein und bliblablub. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt nicht jedem erzählen, was tief in meinem Herzen vorgeht. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Aber wie wäre es, einen Freund, eine Freundin zu haben? Ja, befreundetes Ehepaar, mit dem man mal sagen kann, wir haben gerade ein Problem in unserer Ehe, ja. Dieses Corona, das bringt uns hier echt einen Rand unserer Kräfte, weil wir arbeiten jetzt alle im Homeoffice und treffen uns hier gegenseitig und haben keine Räume mehr oder so. Ja, und dann ist das Homeoffice im Schlafzimmer oder in der Küche und dann kann man da auch nichts machen und man hat das Gefühl, mir wird mein Raum immer kleiner und genommen und das führt zu Spannungen, natürlich. Wenn noch Kinder dazukommen, wird es natürlich noch lustiger. So, also, wir brauchen diesen Austausch. Wir brauchen dieses Einander wahrnehmen, einander miteinander unterwegs sein. Dazu habe ich auch natürlich ein Bibelferst für euch aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer lebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Lasst uns einander lieb haben. Lieb haben heißt ja nicht, oi, toi, toi, toll, dass es dich gibt und dem anderen auch immer nur sagen, so, ja, wer einen anderen lieb hat, sagt ihm hoffentlich auch mal, was er gut findet an ihm. Kein Thema. Aber wer jemanden lieb hat, der sagt auch mal, du, ich habe was beobachtet, kann ich dir das mal spiegeln? Das kann ich aber nur, wenn ich nah dran bin. Und ich würde mir das auch eigentlich eher von Leuten sagen lassen, die auch näher an mir dran sind. Vielleicht ist das für euch auch ähnlich. Ja, wenn ich mich mal so auf dieser Herzensebene austausche, dann möchte ich ja auch nicht, dass das dann gleich irgendwie in der Gemeinde die Runde macht. Habt ihr schon gehört? Ja, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Das ist so eine Vertrauensbeziehung, die da wächst. Und wie kann man da einsteigen? Ich glaube, man muss sich einfach committen und sagen, ich will das machen. Dass man sich so verbindlich dafür entscheidet. Und gegenseitig sagt, wir wollen uns auch auf dieser Herzensebene austauschen und wollen miteinander unterwegs sein. Und das, was wir hier besprechen, das bringen wir im Gebet dem Herrn. Und ansonsten erfährt das niemand. Da ist ganz wichtig, grundlegendes Vertrauen da drin zu haben. Und ich glaube, das könnte etwas aufbrechen von dieser Maskenmentalität, die ich in meinem Leben kenne, auch als Pastor. Wem kann ich denn erzählen zum Beispiel, wenn ich Eheprobleme hätte oder Finanzprobleme oder keine Ahnung, irgendwelche Probleme. Ja, ist ja schwierig. Und dennoch ist es wichtig, gute Freunde zu haben, Menschen zu haben, mit denen man unterwegs ist, denen man das eben auch mal erzählen kann. Und die das dann auch wohlwollend aufnehmen, die die konstruktiv kritisch begleiten, die beten, die segnen, die einfach da sind. Also ich halte diesen Austausch für einen ganz wesentlichen Punkt in diesen basalen Gruppen. Wenn wir wirklich wachsen wollen, dann braucht es Leute, die in unserem Leben auch hinter die Kulissen gucken dürfen und die dann auch mal nachhaken. Wie geht es denn jetzt damit, dass wir da auch mit einer großen Offenheit unterwegs sind? Eben, was Johannes schreibt, dass wir einander lieb haben. Und er sagt ja, wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Das heißt, Gott ist mittendrin beim Thema Liebe und Lieben und Offenheit und Ehrlichkeit. Und das könnt ihr bei Jesus nachlesen in Evangelien. Jesus hat die Leute geliebt, aber er hat sie auch damals echt krass konfrontiert. Ja, mit krassen Sachen, die sie jetzt nicht gleich gebracht haben. So. Ich glaube, wir brauchen das. Wenn wir wirklich stark werden wollen, wenn wir wirklich wachsen wollen, wenn wir gestärkt aus dieser Krise gehen wollen, dann brauchen wir jemanden, der uns liebt und mit dem wir uns auf Herzensebene austauschen können. Bis bald. Great.